Was war boh, was geht Leute, Rainbow Six isch Leute Und vergisst nicht Leute, da oben, also oben oder unten verlinke ich das Leute Den Link zum letzten Video Leute, GTA 5 Gewinnspiel Leute, PC Leute Bis Ende dieses Monats ist es noch da Leute, guckt es euch an Leute Es wird oben entweder eingeblendet oder unten in der Infocard oder am Ende des Videos Leute Also bleibt dran Leute, dieses Gewinnspiel ist einfach Bombe Also, hier Bombe Also schlafen wir mal Leute Ja, ja, ja Wo ist mein Geld Du kleine Snitch Was guckst du so Du kleine Peach Ich will dich nicht Ich will deine Tochter Ja, ja, ja Ich bin so wieder drauf Ja, ja, ja Das Gewinnspiel läuft bis Ende dieses Monats Leute Ja Leute Gebt euch das Gewinnspiel Leute So viele wie möglich wissen da teilnehmen Leute So viele Abonnenten So viele neue Abonnenten PC Leute Unlockon Leute Ein Account Leute Verschenke ich Gewinnspiel Ich geb euch nur den Rat Leute In dem Teil Und ich verkaufe auch Unlockons Leute Ab jetzt für GTA Dauert aber Eine gewisse Zeit In die Comments damit Wenn ihr eins wollt Ja Leute In der Webseite öffne ich jetzt nicht Ich darf hier nicht Das Start In der Webseite öffnen In der Webseite öffnen Denk die Runde Kratzen Ernsthaft? Ich denke mal Glaser oder? Achso Das Teamkrieg Was war das denn? Hinter dem Schild wahrscheinlich Ja hinterm Schild Hinterm Schild Ihr kleinen Spastis Echt spät gemerkt Die wären beide schon längst weg gewesen Wenn sie jetzt weitergegangen Die Yacht Eine echt gute Map Yacht Ist die älteste Map Und ich finde Die Map ist in Ordnung Die kann man spielen Maestro Leute Spiel ich mal Weil ich Ich Probier ein paar neue Spots Aus in Rang Kann ich sie jetzt nicht einfach so Ausprobieren Ich probier sie locker aus Grab Und über Übernehmen sie dann in Ranked rein Und das ist echt gut Also Gewinnspiel Leute Merkt es euch Entweder wird es oben verlinkt Oder unten in der Infokarte Oder am Ende des Videos Also bleibt dran Ja Maestro ist weg Wo ist mein Kokain Mein Jibbe drehe ich Und ficke deine Mutter Eigentlich Tochter Weil die Mutter Naja Wenn du keine Tochter hast Dann die Mutter Wenn du keine Mutter hast Und ne Tochter Dann die Tochter Ja 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 Naja Hier wird es kein gutes Wort geben Witz echt nicht Die Bilder sind weniger Leute grad Weil ich ein Video aufnehme Werden die Bilder echt weniger Leute Also mehr denn es ist normalerweise weniger Ich spiele mit 200 FPS 200 bis 170 Und Naja Das sind oft viel weniger grad Wenn ich mal So Immer eins Hier platzieren Also Da war doch eins Geh rein Geh rein Wohin Ist das unser zu vertrio Aber nicht Was steht Holt Hallo Hier muss ich weg But Wohin weg Also, das ist nicht mein Problem, ich bin nur für ihr, ah ja, eigentlich könnte man... Fuck, wo war denn... Scheiße! Ja denn... Nein, oder? Wook, du Bastard! Mach auf! Der wird auch werden verrecken... Ja... Da waren aber viele Männer auf der Camp! Und auf einmal sind es... Drei... Also, da waren alle! Deswegen wundert es mich, auf einmal sind da nur weniger Leute! Aber das Gewinnspiel Leute! Meld' die Zeug! Für Playzy und Xbox geht leider nicht, da die Übertragung vorbei ist! Ja! Und ich geb' nicht mal einen G-T-Account von der Playzy hier! Das... Das muss ich ja meinen ganzen Account mitgeben, wo ich Spiele gekauft hab! Das will ich halt nicht! Stats fahren wir jetzt oben sonst... Obwohl eine ist schon weg! Krass! Hey, ihr guckst 6? Ich leckte 6! Nein? Ok! Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ich bin gut. Ich bin ein guter Marker, ja, ja. Uh, nein. Ja, ja. Okay, ja, ja. Danke, n***. Alright, du bist racist. Run! Nicht racist. Okay, das ist einfach zu lustig. Rest test. Rest in peace. Never. Fuck off. Mit dem hat's launa irgendwie mit YouTube. You like candy? Have you cookie? 15 seconds. I don't have any cookies. You have cookie. No, I don't have good for you. You have cookie. No, I have no cookie. Give me my cookie. No, I don't have cookie. You have my cookie. I have lollipop. No, cookie. Go find your own cookie. You stole my cookie. Digga, was mit uns beiden los? Uhhh. Der glaubt, ey, cooky. Der hat'n Lollipop. Lollipop weiß schon, was er meint. Der meint... Sein Ding in der Hose. Ich kann das auch sagen. Aber ich hätte... Würde sagen... Ich hätte ein... Lolli mit Kaugnee Füllung. Ich habe Lollipop... äh... Gramm? Ich habe Lollipop in der... Tick durch! Ich hab zwar nur einen Killer, aber mir macht die Runde gerade Spaß. Mit denen halt. You are my kids. Wir facken schon die Mitspieler, also... Wahrscheinlich oben dann. Ganz oben. Wo wir waren? Cookie Cookie! Gib mir einen Cookie! Gib mir einen Cookie! If you win this, I'll give you Cookie! Tanks! Why twice? Ich hab schon hier so ein bisschen... Ein bisschen so... Angst wegen. Denk uns. Loring! 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 Fuck! My turn! Give me my Cookie! Give me Cookie! No, he's my Cookie! I killed the last guy! I have the Cookie! I have the Cookie! Give me my Cookie! Cookie! Okay, Mr. Ortizmo. I will give you Cookie. Thank you! Give me my Cookie! Thanks! He's my Cookie! Untertitelung des ZDF, 2020